Es gibt ein neues, richtig geiles Visier in Warzone, womit man gefühlt gar keinen visuellen Rückstoß mehr hat. Also sehr, sehr nice. Das könnt ihr euch kostenlos freischalten über die wöchentlichen Aufgaben und ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, denn das Teil macht auf jeden Fall viel Spaß. Wenn ihr hier in diesem Menü seid, könnt ihr einfach die Starttaste drücken und dann geht ihr hier auf die Herausforderungen, direkt auf die wöchentlichen. Und das ist hier auch schon der Aufsatz, den ich meine. Das Jack-Glas-Los-Visier bekommt ihr in Woche 4. Ihr könnt das Ganze Mehrspieler, Zombie oder Battle Royale freischalten. Ich würde es aber empfehlen, Battle Royale zu machen. Einfach diese 20 Kisten, Depots und so weiter öffnen an den Orten, die da angegeben sind und zwar in Beutegeld. Geht sehr easy, ihr landet da, ihr müsst nicht mal fighten, ihr braucht kein Skill, gar nichts dafür.